Herzlich willkommen, humanistische Grüße an alle Freundinnen und Freunde der konstruktiven Kommunikation und an alle, die es vielleicht noch werden wollen. Heute geht es um das Thema Kommunikation und Komplexität. Wir haben uns ja das letzte Mal schon die fünf Axiome von Paul Watzlawick angeguckt. Video findet ihr in der Infobox. Und heute möchte ich euch gerne anhand eines Schaubildes darstellen, warum Kommunikation so komplex ist, welche Faktoren da einhergehen, warum das vielleicht auch wichtig ist und wie ihr besser kommunizieren könnt. Und los geht's. Nun stellt sich ja die Frage, warum solltet ihr besser kommunizieren und warum ist vielleicht eine gute, konstruktive, verständliche, aber auch verständnisvolle Kommunikation wichtig? Und ich habe das hier für mich oder vielleicht auch für euch, vielleicht findet ihr euch in dem einen oder anderen Punkt wieder zusammengefasst zu ein paar Punkten. Es beeinflusst natürlich eine gute Kommunikation, beeinflusst natürlich gesamtgesellschaftlich das zwischenmenschliche Zusammenleben. Es fördert Wertschätzung dem anderen gegenüber, Empathie dem anderen gegenüber, sich in die Person hinein zu versetzen und zu verstehen, welche Beweggründe die Person vielleicht hat. Damit vermeidet ihr so gesehen langfristig und auch kurzfristig Konflikte, könnt Probleme besser angehen, besser lösen, wisst vielleicht auch eher Strategien, wie ihr mit jemandem ein Problem oder eine Herausforderung lösen und meistern könnt. Und ihr baut somit auch, wenn ihr eine gute Kommunikation habt oder die auch anstrebt, das muss nicht immer perfekt sein, nichts ist perfekt, aber ihr baut damit auf jeden Fall Feindbilder ab, weil ihr dem anderen auf Augenhöhe begegnet und somit auch ein Schubladendenken, der sieht so und so aus, der spricht so und so, deshalb muss der so und so sein. Haut ihr ein gewisses Schubladendenken ab, indem ihr Wertschätzung zeigt, indem ihr Empathie zeigt, indem ihr auf das eingeht, was der andere vielleicht sagt. Und wenn ihr das auf die ganze Gesellschaft anwendet und jeder ansatzweise eine gute, konstruktive Kommunikation anstrebt, ist es langfristig natürlich sehr viel effektiver und effizienter, als wenn man ständig bei allen möglichen Sachen aneinander vorbeirettet. Zunächst einmal ist Kommunikation natürlich ein Zusammenspiel aus psychischen, physischen, sozialen, kulturellen, individuellen Faktoren. Wir haben ja zum Beispiel bei Paul Watzlawick schon gelernt, man kann nicht nicht kommunizieren und jede Kommunikation ist gleichzeitig Ursache und Wirkung. Das heißt, wenn zwei Personen aufeinandertreffen und sich, sag ich mal, ein Stück weit näher kommen, also eine gewisse Distanz vielleicht noch haben, aber in einem Raum sind, dann findet immer auf die eine oder andere Art und Weise, Klammer auf verbal und nonverbal, Kommunikation statt. Das passiert permanent und die beiden Personen beeinflussen sich natürlich in ihrer Art und Weise zu kommunizieren, gegenseitig, beziehungsweise sind auch voneinander abhängig. Nun gestaltet sich Komplexität natürlich nicht nur an den eben genannten Faktoren, auf die wir gleich noch ein Stück weit weiter eingehen werden, sondern auch zum Beispiel in welchem Setting treffen diese Personen aufeinander, wie viel Zeit haben sie, wie sieht der zeitliche Rahmen aus, um überhaupt zu kommunizieren oder ist das vielleicht ein total zufälliges Aufeinandertreffen, also das Setting, wo, die Frage, wo passiert Kommunikation statt? Es ist ja ein Unterschied, ob ich in einem ruhigen Raum bin, wo ich keine Störgeräusche habe, als wenn ich draußen an der Bushaltestelle stehe. Und natürlich auch, was ist der zeitliche Rahmen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu kommunizieren und den anderen überhaupt zu verstehen und ihm die Möglichkeit zu geben, auch auf das Gesagte, was man äußert, einzugehen. Das spielt definitiv eine sehr, sehr große Rolle, gerade wenn es darum geht, Konflikte zu lösen, Probleme anzugehen, Herausforderungen, zwischenmenschliche Herausforderungen zu meistern und vielleicht auch über sehr, sehr sensible Themen zu sprechen. Neben dem Setting und dem zeitlichen Rahmen ist der aktuelle Gefühls- und Gemütszustand der jeweiligen Person, also wie fühle ich mich im Moment gerade natürlich sehr, sehr entscheidend? Habe ich vielleicht irgendwie Schmerzen? Tut mir irgendwas weh? Allein schon die Tatsache, dass man Hunger hat und vielleicht ein anderes Grundbedürfnis befriedigen möchte, kann Kommunikation beeinflussen und kann die Komplexität für Kommunikation erhöhen und eine gelungene Kommunikation dadurch erschweren. Je nachdem, wie lange ihr euch mit der Person in dem jeweiligen Setting befindet und wie euer Gemütszustand sich vielleicht auch entwickelt, tauscht ihr so oder so verbale und nonverbale Signale, Kommunikationssignale aus, man spricht dort vielleicht von 70 bis 80 Prozent der nonverbalen Signale, also alles was Mimik, Gestik ist, Körpersprache und der Rest verbale, also zum Beispiel gesprochene Sprache. Diese Signale werden von euch kodiert, wenn ihr etwas sagt, etwas tut, verbal, nonverbal und sie werden natürlich auch von der anderen Seite interpretiert oder decodiert. Man könnte auch sagen, also dieser Prozess ist natürlich sehr, sehr fließend und passiert innerhalb von Millisekunden. Schulz von Thun hat dazu noch das sogenannte Vier-Ohren-Modell entwickelt, das nochmal in dieser Codierung und Dekodierung von Signalen, von Nachrichten, von gesprochener Sprache, aber auch von nonverbalen verschiedene Ebenen gibt, die die jeweiligen Personen sich untereinander innerhalb von ganz kurzer Zeit mitteilen. Es gibt einmal die Selbstaussage, also was wollt ihr, was ist vielleicht so ein bisschen Subtext, was wollt ihr über euch selber in der Nachricht aussagen, was offenbart ihr der anderen Person. Es gibt diesen Sachaspekt, wenn ihr irgendwie sagt, wenn ihr nach der Uhrzeit fragt, also so eine Inhaltsebene. Es gibt eine Art Appell im Sinne von vielleicht einer Aufforderungsebene und es gibt eine gewisse Ebene, die einen Beziehungsaspekt dekliniert und in dieser Kommunikation zwischen diesen beiden Personen gestaltet. Und dieser Beziehungsaspekt ist natürlich bei Personen, die sich zufällig treffen, relativ neutral, außer die eine oder andere Person hat große Vorurteile, aber Personen, die sich vielleicht schon länger kennen, da kann schon ein ganz anderes vielleicht auch Machtgefälle bestehen oder vielleicht waren die Personen mal zusammen oder sind irgendwie eine Freundschaft, die auseinanderging. Also dieser Beziehungsaspekt spielt in dem Fall eine sehr, sehr große Rolle in Sachen Komplexität, aber auch in Sachen Qualität der jeweiligen Kommunikation. Weiterhin spielt natürlich die individuelle Sozialisation der jeweiligen Person eine ganz, ganz große Rolle und hat sehr starken Einfluss darauf, wie das Gespräch verläuft, ob man eher positiv, negativ ist, distanzierter, ob man sich ein bisschen annähert, ob man vielleicht auch Gesprächsthemen findet. Denn je nachdem, wie ihr geprägt seid, wie ihr, welche Lebensabschnitte ihr durchlaufen habt, welche Erfahrungen, vielleicht auch einschneidende Erfahrungen, ihr in eurem Leben gemacht habt, welche Lebensmuster ihr euch vielleicht auch angeeignet habt, die gar nicht so bewusst sichtbar sind, also dass ihr in bestimmten Situationen immer so und so reagiert und auch die Tatsache der Kultur, der kulturellen Prägung, also welche Werte und Normen habt ihr so verinnerlicht, die euch ein Stück weit prägen und vielleicht auch welche Bildung habt, habt ihr genossen oder genießt noch welche Bildung, welches Bildungsniveau habt ihr erreicht. Das alles spielt natürlich, ja, man kann das zusammenfassen unter der Sozialisation des Individuums eine sehr, sehr große Rolle im Zusammenhang mit Kommunikation, bezogen auf die ganzen anderen Aspekte, die ich eben genannt habe. Also es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn ihr eine Person mit einer Person sprecht, mit der ihr schon, ja, irgendein Gesprächsthema findet, zum Beispiel Fußball oder wenn ihr direkt aus einer bestimmten Region, aus einer bestimmten Ecke kommt und den gleichen Dialekt habt, dann ist das was ganz anderes, als wenn ihr im ersten Moment vielleicht auf eine wildfremde Person trefft, wo ihr gewisse Verhaltensmuster seht oder eine gewisse Sprache entdeckt, die ihr so noch gar nicht kennt. Also diese beiden, oder diese Faktoren, dieser Faktor der Sozialisation, der kulturellen Prägung, Entwicklung von bestimmten Verhaltenslebensmustern spielt dann natürlich in jeder Kommunikation eine gewisse Rolle und beeinflusst diese natürlich auch. Ja, wir gehen noch ein Level weiter höher in Sachen Komplexität und fügen die Faktoren der kommunikativen Fähigkeiten hinzu und der internen und externen Störfaktoren. Also wir sind immer noch in unserem kompletten Setting von jetzt zwei oder von nur zwei Personen und da kommt es natürlich auch ein Stück weit darauf an, welche kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten haben sich diese Personen in ihrem Leben, in ihrer Lebensspanne angeeignet. Sind das Personen, die eher schon mit dem Thema irgendwie in Berührung kommen, die vielleicht auch was in der Ausbildung darüber gehört haben, können die Personen sich vernünftig und sinnvoll logisch artikulieren der anderen Personen gegenüber? Also wie ist eure Sprache, wie ist eure Ausdrucks- und Verhaltensweise, auf welchem Level bewegen sich eure zwischenmenschlichen kommunikativen Fähigkeiten? Denn diese sind natürlich ein Stück weit auch ausschlaggebend dafür, für die Komplexität und einflussen natürlich die jeweils andere Personen. Wenn ihr irgendwie komisch auftretet gegenüber der anderen Person, dann wird die vielleicht erst mal ein Stück weit sich denken, hä, wer ist das denn, was will die Person denn? Also somit habt ihr vielleicht die andere Person schon durch euer komisches, in Anführungsstrichen, Verhalten, schon in ein eher negativeres Mindsetting euch gegenüber gebracht. Der andere Faktor sind die sogenannten internen und externen Störfaktoren. Also einige haben wir davon ja schon besprochen, wie zum Beispiel das Setting an sich. Es ist ein Unterschied, ob ihr an der Bushaltestelle steht oder euch in eurer Wohnung trefft. Aber auch so interne Störfaktoren wäre ja zum Beispiel, wenn ihr gar nicht weiter die gleiche Muttersprache habt oder wenn ihr vielleicht auch ein Dialekt sprecht, den die andere Person so gar nicht kennt oder nur wenig bis gar nicht damit in Berührung gekommen ist. Ebenso können externe Störfaktoren natürlich sein, dass euer Handy klingelt, dass ihr auf jemanden wartet, ihr sprecht mit einer Person und dann kommt die andere Person hinzu. Also eine dritte Person als Externer kommt hinzu und ist ein sogenannter Störfaktor, jetzt nicht im wörtlichen Sinne gemeint, aber er beeinflusst dadurch natürlich den Kommunikationsverlauf und erhöht somit die Komplexität allein durch die Tatsache, dass er hinzukommt und ist dadurch vielleicht auch ein negativer Faktor für eine Kommunikation, die sich sehr konstruktiv, sehr gut vielleicht entwickelt. Ja, neben den ganzen Störfaktoren, auf die wir jetzt nur kurz eingegangen sind, also Klammer auf, zu jedem der einzelnen Punkte, die wir hier besprechen, kann man auch ein eigenes Video machen und ich werde mit Sicherheit vielleicht auch zu dem einen oder anderen Aspekt noch ein Video machen und dann nochmal näher auf die gewissen Punkte eingehen, Klammer zu. Neben den Störfaktoren habe ich euch hier auch nochmal ein paar Begriffe aufgelistet, die so gesehen in dem ganzen Gesprächssetting, in dem ganzen Gesprächsverlauf natürlich auch noch ein Stück weit wichtig sind. Der rechten Seite zum Beispiel Gefühle, Empathie zeigen, überhaupt die Fähigkeit zu besitzen oder gelernt zu haben, in seiner Sozialisation von seinen Eltern gelernt zu haben, Empathie zu zeigen, aber auch die Situation zu beobachten, in der Lage zu sein, ein Gespräch aus einer gewissen, vielleicht auch Metaperspektive zu beobachten und eine Entwicklung überhaupt festzustellen, das ist vielleicht jetzt, dass ich den anderen irgendwas Komisches gesagt habe und jetzt, warum reagiert er jetzt so komisch? Also das überhaupt wahrzunehmen. Die Fähigkeit aber auch aktiv zuzuhören, also wirklich nicht nur zu warten, bis man selber dran ist mit Reden, sondern wirklich aktiv zuzuhören, nachzufragen, zu paraphrasieren, nochmal herauszufinden, okay, hat er das genau so gemeint, wie ich das verstanden habe? Das sind alles so Sachen, die definitiv natürlich zu kommunikativen Fähigkeiten zählen, aber auch allgemein eine sehr, sehr große Rolle spielen in dem ganzen, gemessen an dem Aspekt der Komplexität. Ebenso natürlich die Beziehungsebene. Kommunikationsregeln können auch entscheidend sein. Es ist was ganz anderes, wenn ich mich vorher auf gewisse Kommunikationsregeln, also wie möchte ich über ein zum Beispiel gewisses Thema sprechen, geeinigt habe, als wenn ich das nicht tue. Ebenso natürlich die Frage, welche Werte, welche Normen teilt man, was natürlich auch wieder ein Stück weit einhergeht mit der Sozialisation. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite, spielen natürlich auch noch so Sachen eine Rolle wie die eigene Wahrnehmung. Das geht ein Stück weit auch einher mit nicht nur sich selber, nicht nur den anderen beobachten, sondern auch sich selber beobachten, sich selber ein Stück weit zu reflektieren, achtsam zu sein für sich, für den anderen, aber auch für das Setting, für die Umgebung dem anderen, wenn jetzt jemand hinzukommt, nicht das Gefühl zu geben, okay, hier ist voll der Karte, in der Kommunikation, sondern um vielleicht zu nonverbal zu signalisieren, okay, ich habe dich nicht aus dem Auge verloren, ich bin noch dran an unserem Gespräch, es ist nur gerade ein externer Störfaktor hinzugekommen, ich greife das aber gleich wieder auf. Das ist auch so Sachen, die passieren innerhalb von Millisekunden, aber es ist definitiv möglich, wenn man das ein bisschen trainiert, wenn man darüber nachdenkt und sich mit dem Thema beschäftigt. Ebenso spielen natürlich auch noch so Sachen eine Rolle, wie gibt es ein Machtgefälle, gibt es gewisse Abhängigkeiten, gibt es vielleicht auch eine gewisse Konformität, im Sinne von, ich habe gelernt, so verhalte ich mich gar nicht, der andere macht mir aber was komplett anderes vor. Also, das spielt definitiv auch eine Rolle. Und nicht zuletzt natürlich auch die genannten Sachen wie Denkmuster, Schubladendenken, also wo ordne ich eine Person aufgrund von welchen Merkmalen ein. Und ein letzter Punkt, der vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist, die Frage der Authentizität, weil ich stelle das immer ganz, ganz oft fest bei Lehrerinnen und Lehrern, je authentischer die sind, je besser können die auch Inhalte vermitteln. Und je authentischer ihr seid, gegenüber einer anderen Person, also die andere Person wird merken, ob ihr euch irgendwie verstellt, weil ihr gerade in der Situation XY seid, oder ob ihr einfach sehr, sehr authentisch seid. Und wenn ihr sehr, sehr authentisch seid, dann ist das meiner Meinung nach ein sehr, sehr positiver Faktor in Sachen Kommunikation und Komplexität. Puh, ja, das war ganz schön viel, ich weiß, aber wir haben es fast geschafft. Ein letzter Aspekt ist noch der, der, ein Stück weit der Gruppendynamik, also die Komplexität erhöht sich natürlich, je mehr Menschen hinzukommen, je mehr Menschen an diesem Gesprächsprozess teilnehmen. Also wir haben ja hier das Beispiel jetzt erstmal so auf zwei Personen, anhand von zwei Personen habe ich versucht, das darzustellen. Also die Gruppendynamik spielt eine Rolle, die Anzahl der Gruppenmitglieder in dem jeweiligen Setting, mit den jeweiligen Wertvorstellungen, das spielt eine große Rolle in Sachen Komplexität und Kommunikation. Und natürlich letztendlich auch, in welchem sozialen Umfeld ihr euch tagtäglich bewegt, weil das euer soziales Netzwerk, euer näheres Umfeld, eure Freundinnen und Freunde, die prägen und beeinflussen euch natürlich auch direkter und indirekter in Sachen Werte, Normen, Vorstellungen, was ist vielleicht gut, was ist schlecht. Und somit hat das auch vielleicht nicht direkt so sichtbar, aber indirekt auch einen Einfluss auf einen möglichen Kommunikationsverlauf. Ja, diese ganzen Sachen, der Verlauf der Faktoren, die verschiedenen Aspekte in Sachen Beziehung, Beziehungsebene, die Gruppendynamik, die verschiedenen Begriffe, die hierbei eine Rolle spielen, aber auch die Sozialisation der Person, die prägen natürlich die Person an sich, aber prägen auch den Kommunikationsverlauf in der jeweiligen Situation beziehungsweise das Ausmaß der Komplexität. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Falls doch, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch das ein Stück weit rüberbringen. Wir werden mit Sicherheit auf die eine oder andere Sache noch eingehen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Humanistische Grüße und bis bald.